Die Horrornacht in Huckstädten mit Doris und Alexandra in der linken Decke. Und Mr. Terminator Dirty Dancing. Jetzt müssen wir den Film von vorne anfangen. Wir fassen ja schon die Hälfte. Was mache ich? Wir fassen ja schon die Hälfte. Wir fassen ja schon die Hälfte. Wir fassen ja schon die Hälfte.